Hallo meine Lieben und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video mit mir und ich begrüße auch ganz herzlich alle Neuen, die dazu gekommen sind. Also herzlichen Dank, dass ihr meinen Kanal abonniert habt. Ja, wie ihr in Überschrift schon gelesen habt, geht es heute nochmal um die Kooperation von Seven Quade, ja, wenn ich gerade guckt habe. Genau, letztes Mal habe ich ja die Produkte vorgestellt und heute sticke ich mit euch. Ich habe auch schon ein bisschen gestern angefangen zu sticken, ich mache dann heute mit euch weiter. Ich möchte euch erstmal zeigen, wie Kreuzstisch funktioniert bzw. was es eigentlich für Sticharten gibt. Genau, ich habe mal ein jedes Blatt vor mir liegen. Ich, ja, weil bei diesem Projekt, was ich mit euch machen möchte, das war mit dem Totoro und zwar gibt es da ganz viele verschiedene Stiche. Es gibt vollen Kreuzstich, es gibt halben Kreuzstich, es gibt drei Viertel Kreuzstich und es gibt Viertel Kreuzstich und French Knot. Und Rückstiche gibt es auch. Ja, Rückstiche zeige ich erstmal noch nicht und French Knot auch nicht. Ich muss auch mal gucken, ob ich noch zu Viertelstichen komme oder drei Viertel. Ein Viertelstich hatte ich schon mal und sonst nur halbe und halbe Kreuzstiche und ganze Kreuzstiche. Ja, ich zeige euch mal, falls ihr da draußen noch nicht wisst, was man darunter versteht, was Viertel, Dreiviertel und sonst was Kreuzstich ist. Ich zeichne es erstmal auf und zwar Kreuzstich ist einmal ein ganzer, ne, also zeigt es gar nicht, Entschuldigung, also ein ganzes Kreuzstich, normal, man sagt mal Kreuzstich, dann einen halben Kreuzstich, ist klar eigentlich, ist nur ein Strich, halber Kreuzstich, so, dann gibt es drei Viertel. Drei Viertel macht man, also ich mache es meistens so, dass ich immer erst ein Viertel mache, das ist also von einer Ecke in der Mitte, egal von welcher Seite, ist ein Viertel Kreuzstich und dann macht man einen halben Kreuzstich drüber, ist ein Dreiviertel. So, ein Viertel habe ich ja gerade gezeigt, das kann entweder von rechts oben sein, das kann von links oben, ja, das ist ein Viertel Kreuzstich. So sind das Kreuzstiche, so habe ich es schon mal gehabt, genau. Man sticht, wenn man, normale Kreuzstiche und halbe Kreuzstiche ist klar, die macht man halt, man hat ja, wenn man ein Kreuzstich hat, hat man ja vier Löcher, also überhaupt Löcher, da ist ja mal hier ein Loch, hier ein Loch, hier ein Loch und hier ein Loch und man sticht dann in die normalen Löcher, bei AIDA-Stoff zumindest ist das so und dann sticht man hier rein, das ist ein ganzer, halber ist auch klar und bei Viertel tut man halt in die Mitte reinstechen, also bei normalem AIDA-Stoff ist es ein bisschen schwieriger, da tut man in die Maschen reinstechen. Es gibt natürlich auch andere Stoffe, wo das leichter geht, da sind die kreuzischen anders irgendwie. Ja, also ich kenne das jetzt nur 14 und 11 Count. Ja, Countzahl bedeutet, also Count, ne, da, bedeutet, ja, umso größer die Countzahl, umso größer sind auch die Stiche. Ne, es gibt auch 18 Count, 16 Count und was weiß ich noch. Es gibt auch unter 9, äh, also wie gesagt, umso größer die Countzahl, umso kleiner sind dann die Kreuzstiche. Ne, das ist erstmal so eine Erklärung, wie die Kreuzstiche funktionieren. Bei Rückstichen, äh, muss ich dann auch mal erstmal noch anders zeigen, ja, wenn es mal soweit ist. Ja, das ist erstmal die normalen Kreuzstiche. So, ich habe jetzt, wie gesagt, hier schon mal angefangen, muss man wieder weit machen, genau. Ja, ich sage, ich habe ja schon ein bisschen angefangen und, wie gesagt, hier sieht man schon mal die halben Kreuzstiche und hier sind die ganz normalen anderen Kreuzstiche, die ich schon mal gemacht habe. Ja, genau. Ich gucke dann gleich erstmal, wo wir weitermachen und, ja, wir sehen uns dann gleich wieder. So, ich habe natürlich nicht geguckt, welche Farbe wir zuerst machen, das gucke ich gleich. Ich wollte euch erstmal zeigen, wie ich die dran gemacht habe. Die Fäden, wenn es ran zoomen würde, ja, genau. Ja, ich habe die, ist ja egal, von welcher Seite man das macht, von der zumindest, weil auf beiden Seiten sind die Nummern. Ja, ich stecke ja nach Nummern. Zwar hier bitte nach Farben, aber da es wie Konfetti ist. Auch mir will das nicht. Ja, ich habe eine unscharf. Genau. Äh, er hat gesagt, weil so viel Konfetti ist, habe ich dann doch ein bisschen die Anleiten zur Hand genommen, weil ich gucken wollte, was ist denn jetzt, äh, halber Kreuzstich, Viertel und so weiter und so fort, ne, weil, äh, jetzt wäre ich ja auch nicht dazu, äh, ja, falsch gekommen. Ja, aber hier habe ich erstmal die dran gemacht, so dass das hier vorne ist, auf einer Seite zumindest, ne, und dann kann ich die Fäden einfach so rausnehmen. Ja, vorher war ja diese Karte, ne, wo hinten auch die Nummern waren, da wusste ich auch dann, welche Farbe was ist, ne, da waren die dran. Ich meiste dann meist mal weg, weil, brauche ich nicht. Gut, mal gucken, was man jetzt von der Farbe machen, hier, ich konnte ja schon mal gucken. Ich muss mal ein bisschen näher ran, damit ihr mich besser seht. So, genau. Ja, bis ein bisschen habe ich ja schon gesteckt. Ich muss erstmal gucken, welche Farbe jetzt ja das nächste machen. Hier habt ihr auch eine halbe Kreuzstiche zum Beispiel gehabt. So, wir haben jetzt das Lila. Mal gucken. Das müsste, glaube ich, die 16 sein. Ähm. Die 16. Das ist ein G. Ich glaube, die Anleitung ist mir zu weit weg. Ich kann nicht meine Anleitung hier dran machen, an so einem Holzbrett, aber das ist mir jetzt gerade zu weit weg. Deswegen muss ich das doch mal runter zu mir rannehmen. Ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau. Achso, ich weiß auch nicht, was ich machen wollte. Das habe ich jetzt vergessen. Wo habe ich denn jetzt... Äh, ist zugestellt. Na, komm her. Ja, ich wollte mir das nicht abgrenzen, bis wohin ich erstmal sticken möchte. Das mache ich auch manchmal, damit ich nicht zu weit hoch sticke. Deswegen sind da auch schon ein paar Fäden hier dran, die ich dann da gelassen habe. Und zwar nur bis hier. Zack. Jetzt noch heute mal. Das wäre schon günstiger, wenn wir mal in die Löschereien stich, die schon da sind. Genau. Nicht, dass der Stoff sich dazu verzieht. Ja, bis dahin möchte ich sticken. Mit euch jetzt nicht unbedingt, aber ich muss erstmal gucken, wie weit ich komme. Also ich habe jetzt das G, ne? Genau. Das F hat nur jetzt... Ne, das F hatte ich noch nicht. Warte mal, das ist doch... Ich habe es gerade mal überlegen. Das ist das M. Das müssten... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und das vier. Hä? Ich habe es gerade selber überlegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hm. Habe ich was vergessen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hm. Ich habe es gerade selber übergelegt. Ah, ja, jetzt sehe ich es. Deswegen ist da eine Fünf. Da ist nämlich noch ein halber M. Ein halbes M. Warte mal. M. Das müsste dieselbe Farb sein wie die. Das ist die 3846. Ah, da. Ein halbes... Steht zwar... Ist ja ein halbes M oder so. Hä? Ein halbes G ist ja ne. So, Quatsch. Ne, erst habe ich ja F. Mit 3845. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Was ist das? Ach, nee, Quatsch. Ich bin bei der falschen Farbe. Die haben jetzt nicht das Lila, sondern... Stimmt. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf. Ja, jetzt haut es hin. Ich habe daneben schon das Symbol. Das habe ich übersehen. Das ist nämlich das F. Und zwar die 3845. Genau. Also die Farbe 15. Jetzt haben wir es. Ja. Dabei hier ein Grau ist... Also gut, wenn ich eine Kamera gucke, sehe ich, dass da noch andere Symbole sind. Aber was habe ich jetzt gesagt? Die Farbe 15. So, ich zeige... Huch. Ich zeige mal, wie ich das jetzt rausnehme. Hier habe ich jetzt die Farbe 15. Und zwar wird es ja 2-Fädig gestickt. Wenn ich 3-Fädig habe, dann nehme ich meist auch 3-Fäden und habe dann halt einen langen Faden. Hier ziehe ich mir jetzt einfach nur einen raus. Weil das sind ja auch immer 6er-Fäden. Kann ich Ihnen kurz mal zeigen. Habe ich mal mein Faden. Falls ihr dann nicht wisst, was 6-Fäden sind. Die Fäden haben immer 6-Strenge. Und das mal... Genau. Ich nehme das mal ein bisschen auseinander. Ich komme halt mit 6 Strängen an. Die muss man sich dann selber zuteilen, wie man sie braucht. Und hier sind 6. Warte. Na, könnt ihr euch sehen. 3. Und hier sind auch nochmal 3. Also 6. Und wir sticken jetzt 2-Fäden. Ich könnte jetzt 2-Fäden zwar rausnehmen, aber ich zeige euch doch mal, wie ich das bei 14-Count mache, wenn ich bis 2... Also wenn ich 2-Fäden sticke, habe ich jetzt alles anders gemacht. Anfangs, wo ich ein Stück kreuzig angefangen habe, habe ich mir dann immer die Fäden so rausgenommen, ohne irgendeinen... Also ich habe dann immer an der... Entschuldigung... Anderen Seite einen Knoten gemacht. So, ich nehme die jetzt hier so. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt so eine Schlaufe. Das seht ihr dann, genau. Eigentlich nehmen wir mal mal einen Faden-Einfädler. Ich lecke das immer dann gerne an. So. Das nehmen wir jetzt hier rein. Das ist bei 14 Grad. Manchmal ein bisschen schwierig, aber es geht. Auch ohne. Man kann natürlich auch Faden-Einfädler nehmen. Das kann ich auch nochmal zeigen. Die kreuzigte ich noch nicht kenne. So. Wir haben jetzt 4 Stück. Ich... Wollen wir mal kurz gucken. Geht das dann oben weiter? Nee. Also... Ja, ich steche es hier rein. Ihr seht das gerade nicht. Warte, da seht ihr es. Ja, ich bin gerade ein bisschen im Licht. Ich glaube, ich mache mir noch anderes Licht an. Ich habe jetzt nur meine Schreibtischlampe und... Das ist ein bisschen schwierig. Also, je nach Richtung, man sollte eine gleiche Richtung stechen. Und da hat die Haldenkreuzstiche so eingezeichnet, dass die halt von links unten nach rechts oben gehen. Oder von rechts oben nach links unten ist das selber. So, ich habe jetzt hier meine Schlaufe. Seht ihr das? Genau. Ich dann mit der Nadel rein. Nee, dann ziehe ich. Dann habe ich das so. Und dann steche ich dann wieder in eins der Löcher. Meistens... Ist eigentlich, glaube ich, egal, ob man jetzt rechts oben oder links unten reinstecht. So, jetzt hat man hier einen Haldenkreuzstich. Ja, ich habe lange keine Stickvideos mehr gemacht und da kam die Kooperation mir gerade recht. Da habe ich mich auch so entschieden, ob ich hätte einfach nur vorstellen können oder jetzt, wie ich mache, dass ich halt zwei Videos mache. Mit halt genau... Ein Video halt, wo ich halt das auch teste. Na? Hätte ich da auch mal ein Video machen können, aber ich dachte, ja. Also ich glaube, die wollen das glaube ich auch so, dass ich zwei Videos mache. Also ich kann mir da eins zum Produkt vorstellen und eins zum Sticken. So, zwei... Habe ich ein Haar drauf. Ein Katzenhaar. Ja, komm. Genau, so macht man das dann weiter. Manchmal, wenn ich ja mehrere Reihen habe und immer da oben ankommen möchte, dann mache ich meistens erst halbe Kreuzstiche und dann fülle ich das auf, indem ich dann wieder nach oben gehe. Also, man kann dann einfach die Kreuzstiche komplett gleich machen, je nachdem, wie der Verlauf ist. So mache ich das meistens immer. Ja, ich habe zwar hier ein bisschen Kreuz... Nicht Kreuz quer, ich habe dann gestern immer mal eine Farbe genommen und dann die nächste Farbe. Hab dann aber geguckt, dass ich nicht allzu weit hoch sticke. Ja, die Rückseite sieht... Äh, manchmal bei den Rückstichen zum Beispiel habe ich jetzt nicht jedes Mal neu angefangen. Also, ich habe den jetzt nicht verstochen, sondern habe dann einfach so ein bisschen langfalt gelassen, was man eigentlich nicht unbedingt macht, aber... Warte mal, ich muss auch... Nee, warte mal, das geht das nicht. Freihändig geht das, aber mit Stickständer... Nee, ich will jetzt King French Knut. Also, es war jetzt King French Knut, aber ich habe trotzdem Knoten drin. So, jetzt haben wir zwei runter, genau. Ja, es ist ja groß schlapp. Stabil steht der Ständer ohne, so richtig irgendwie. Habe ich ja lange nicht mehr benutzt. Aber jetzt hat er wenigstens einen richtigen Platz, da ich ja gerade meine Wohnung umräume. Das seht ihr dann, wenn ich mein Wohnungsupdate mache. Da muss ich auch erst mal gucken, was ich überhaupt letzten Monat, also in diesem Monat gemacht habe. Wo ich mit euch was zusammen gemacht habe, das zeige ich jetzt nicht unbedingt. Das müsst ihr erst mal gucken. Weil ich habe, glaube ich, nicht aufgeschrieben, was ich gemacht habe. Aber ich weiß ungefähr, was ich gemacht habe. Bei manchen kann ich auch bloß ein Bild zeigen, weil ich das schon verschenkt habe. Genau. Aber, ja, ich habe eigentlich ein Knüpfkissen gemacht, kann ich euch schon mal sagen. Und... Ja. Bisschen da im Pänikram. Ja, also von jedem was. Und heute stecke ich mal wieder mit euch. Ja. Wieso? Oder zwei, ne? Bisschen da, ja, genau. Also bei diesem Druck sieht man schon mal eigentlich jetzt nicht, was jetzt Viertel oder gut, bei dem halben Kreuzstich habe ich es gesehen. Bei manchen sehe ich das auch. Also hier zum Beispiel das Grün und das Orang, das sind jetzt zum Beispiel halbe Kreuzstiche. Das habe ich schon mitgekriegt. Ähm, denke ich zumindest, ja. Genau, das geht ja nicht da oben weiter. Aber ich sage mal Viertelste oder so. Also hier kann ich jetzt mal eine Anleitung gehen. Also manchmal schon, manchmal nicht. Manchmal mache ich das nämlich auch, dass ich jetzt eine Farbe komplett erst mal stecke. Aber das lohnt sich meistens nur, wenn man ein, wenn man Colorblocken hat, also eine Farbe pro große Fläche. Aber wenn man jetzt so ein bisschen Konfetti hat, hier, also hier geht es ein bisschen, ist teilweise so und teilweise so. Aber, ja, wenn man viel Konfetti hat, sollte man schon Reihe für Reihe stecken, weil man sonst dann durcheinander kommt. So, jetzt tue ich das erst mal kurz vernähen. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich das mache. Ja, vernähen tut man es einfach, indem man durch die Fäden sticht, also hier Maschen. Und dann hat man es schon verstopfen. Tada. So, da schneiden wir es ab. Da habe ich mal die Faden schneiden. Tada. Das habe ich jetzt nicht gesehen, aber... Entschuldigung. Ja, hier hat man ja die ganzen Maschen, die man, wenn man halt gestickt hat und dann tut man halt die Nadel einfach durchziehen und dann hat man hier das dann durchgestickt, gestochen und dann ist der Faden auch fest. Genau. Ja, hier habt ihr jetzt schon mal gesehen, warte mal, seht ihr doch gar nicht, dass ich hier die langen Fäden gelassen habe. Macht man vielleicht eigentlich nicht, aber naja, ich habe dann einfach drüber gestochen bei der normalen Kreuzstich. So, haben wir das erstmal. Ich will den Faden erstmal irgendwo woanders lassen. Wo war denn jetzt doch so das Symbol? Was hat jetzt die 15, ne? Das F. 15 ist das Zeichen. Ja, also manchmal, wenn ich jetzt den Loop, also was ich vor uns gemacht habe, ist der Loop-Anstich. Und jetzt habe ich ja das abgeschnitten, aber das kann man halt den Loop-Anstich jetzt nicht machen. Es sei denn, man macht aus den Faden, den man hat, äh, wieder zwei Fäden, da kann man wieder einen Loop-Anstich machen. Das mache ich jetzt nicht. Und dann mache ich hier einfach einen Knoten und dann steche ich dann durch die Fäden, äh, also durch die zwei Fäden durch, dann ist es auch kurz fest. Aber da muss man halt von unten reinstechen und jetzt nicht von oben. Beim Loop-Anstich macht man es ja oben. So, dann drehe ich das mal kurz um. Also bei, äh, meine ich drei Fäden stecke, nehme ich immer drei Fäden, weil ich nicht weiß, wie ich die zusammenziecke und dann sind sie bei schief, keine Ahnung. Deswegen mache ich den Schluck-Anstich nur bei zwei Fäden. So, auch wenn es drei Fäden wären, zum Beispiel, tue ich einfach hier da durchstechen. Also auch wie eine Schlaufe und dann, so, ist es fest. Mehr ist es nicht. Genau. So, wieder nach unten. So, ich mache den jetzt bloß fest und dann nehmen wir mal eine neue Farbe. So, steche ich mal hier oben rein. So, und den langen. Lass ich jetzt erst mal hängen. So, als nächstes haben wir das G. Das G ist die Nummer 16. Habe ich jetzt meine Fäden hier getan? Ach ja. 16. So, ich würde einfach... Ach nee, das ist die 15. 16. Das ist ja auch schön, wenn man dann die Fäden schon dran hat. Kann man dann, wenn man da angelangt ist, kann man dann einfach den Nadel reinmachen und da kann man an der Stelle weiter stecken. So, ich mache es dann hier oben auch. Genau. Wenn natürlich keinen Faden... Äh, die Farbe nicht nochmal auf der Stelle, wo man erstmal stecken möchte, nicht vorkommt, dann kann man es einfach, ja, vernähen. Wenn ich den Faden kurz wegpacken, dann ist er dann auch nicht im Weg. Mal gucken, ob ich den Faden jetzt hier reinkriege. Oder rütteln. So. Ich habe ihn drin. So, jetzt haben wir das Lila. Jetzt gehe ich... Ich fange hier oben an. Das war auch wieder normaler Kreuzstich. Das sind auch immer noch keine Halben. Aber seit ihr seht, an der Seite hier, dass die Halben sind. So sieht das dann aus. Wenn man auch mal noch 3 Viertel hat, weil ich mache das auch mal mit euch mal noch weiter. Ähm, ja. Aber erstmal ein bisschen anstecken. Damit auch ihr, die da draußen noch kein Kreuzstich gemacht hat, ich kam auch erst zufällig dazu. Äh, ich habe ja... Daimed Painting mit Mitte 2020 angefangen. Und vielleicht ein halbes oder ein Jahr... Ne, ich glaube ich ein Jahr später. Habe ich zufällig Kreuzstich für mich entdeckt. Habe ich zufällig gefunden. Habe eigentlich irgendwie nur ein Motto gesucht, was ich so... Daimed Painting mach mal. Also das war mein Motto so Anime, was ich gerne früher geguckt habe. Wie Sailor Moon, Inuyasha, Tethiv Conan und was auch immer noch. Habe ich ja auch noch Kreuzstich da. Und daimed Painting, was ich mal noch weitermachen muss. Und... Ja. Fünf... Das Bild bei Amazon, weil das dann, ähm, halt schneller kam. Das war ein GBLKi damals. Ja. Habe ich dann später angefangen. Und ja, da bin ich auch gut zu Kreuzstich gekommen. Wer mal weiß, wie es geht, macht es Spaß. So, das war jetzt das. Weil draußen ist echt windig. Also ich tue ich auch die Außenschalousie ein bisschen hoch machen nachher. Ja gut, ich schlafe eh gerade nicht im Schlafzimmer, weil ich ja mein Bett weggeräumt habe. Das war eh kaputt. Und mal sehen, wann ich dann mein neues Bett kaufen kann. Ähm... Immer 2G. Und jetzt runter nochmal 2G. Genau. Ja. Bin soweit auch fertig mit Renovieren. Und mein Keller ist dann als nächstes noch ein bisschen dran. Aber es kostet ja auch noch Geld, wenn man so Schwerlastregale kauft. Und ja. Aber wie gesagt, ich musste auch viel in den Keller räumen, was jetzt oben in der Wohnung war. Deswegen ist noch bitte was dazu gekommen. Aber im Keller hat man es auch noch was entmistet. Naja. Ja, man sammelt mal echt viel an. Und man denkt, hätten wir auch gleich wegschmeißen können. So, jetzt tue ich das mal kurz hier durchstechen. Und zwar, ich muss auch mal gucken, weil hier drüben ist auch so eine lila Farbe. Aber ich mache das dann, wenn ich dann keine Lust habe, den Faden irgendwie abzuschneiden. Und dann tue ich halt auch durch die Maschen ziehen. Also jetzt natürlich nicht quer durchs Bild, ne? Weil dann tut man am Faden verschwenden. Aber, ach ja, ich komme hier auch mal auch noch Kreuzstich. So, und dann kommt man hier raus zum Beispiel. So. Und dann kann man auch die nächste Farbe dann noch stecken. Na, den Faden brauche ich jetzt nicht. So, jetzt mach ich das mal, wie ich das manchmal mache, wenn ich dann woanders rauskommen möchte. Und zwar mache ich erstmal die halben Kreuzstiche. So. Dann streue ich. Genau. Und dann lebe ich das noch eins. Genau. Na komm. So. Hm. So. Hm. und hier unten haben wir jetzt auch noch mal lila das ist nur ein kleines stück der fahrt da kann man das machen sonst tue ich immer ein bisschen wenn der fahrt noch länger ist den faden von dem darüber aber jetzt nicht quer das bild weil immer den fahrten auch so gemacht dürfte eigentlich nicht mehr als vier fälter lang sein weil sonst hängt er wahrscheinlich raus deswegen aber ja ich mach das mal so mal so je nachdem oder wo ich denn jetzt das habe ich jetzt gemacht macht da vier wenn auch hier genau ist oben wo noch was nee das ist richtig so genau hier so dann haben wir eins runter genau so wir drücken jetzt auch noch jeder das geht auch so kann man das gleich weitermachen doch fünf genau ich mache es erst mal kurz ja so das mache ich erst mal halbe kräfte weil ich möchte ja dann wieder hier hinkommen 2 sagt das motiv zum beispiel hier ist jetzt gerade herausfordern also es eher voranfänger ist noch nicht so geeignet es sei denn man traut sich zu machen müssen ausprobieren ich habe jetzt gesagt ja gezeigt wie kreuz stiche funktionieren also viertel halb dreiviertel und ganze kreuz sticher auf der french knot kann ich euch auch gerne mal auch anzeigen oder rückstich aber die french knot also die französische knoten und die rückstiche die macht man eigentlich dann wirklich erst zum schluss deswegen kann ich das gerade nicht zeigen ich habe es gerade noch nichts zur hand war was ich jetzt ja das lässt sich dann eher dann zeigen wenn es soweit ist so ich habe jetzt gar nicht gezählt warte mal wie viel brauche ich so ins freie wird ein anderer vorgehen kommt jetzt hier so wie zwei habe ich das dritte jetzt werde so geht es hoch habe ich zwei jetzt habe ich drei frei glaube ich genau da wird zwei so dann wird doch eins frei und dann habe ich nochmal drei zwei zwei drei so 2 1 2 1 genau 3 1 zurück so was war es jetzt noch mal 21 1 genau 1 2 1 3 und 1 ist ganz schön stammig draußen durch etwas weg gebet wo es noch jetzt draußen naja seit die wahres zeit noch so kann man den faden auch gleich vorwerfen so ist noch eins die frage erst wurde geschafft ja ich nutze meist meine fäden so lange wie ich was damit machen kann aber sagt so einen kleinen fahrer gut ist es nicht allzu klein man hätte dann noch kreuzige machen können aber das lohnt sich jetzt nicht mehr wo das wir machen zu werden weil ich zwei drei kreuz ist ja quatsch dann schmeißt den schon weg also das mache ich denn so kurz wie möglich lasse ich den was natürlich noch so lange lassen dass ich den von denen kann nicht dass er beim von denen dann aus dem nato rutscht aber ja es ist noch so kleiner faden so was verwerbe ich dann einfach wäre mindestens doppelt dreifach so lange da okay dann hätte ich noch weiter genutzt auch mehr aber so gibt machen jetzt weiter haben wir zwar schon eine halbe stunde aber in der v40 gerne mit euch machen ich denke mal dass ich den halten kreuz ich mache das ist das pink ich glaube dass die 1 ich selber gerade mal gucken und ja das ist die 1 genau das fängt mal das ist jetzt ich gerade mal gucken wo das jetzt ist also jetzt sind ja auch die spalten muss so 23 genau hier ist die 1 1 neben den blauen genau so weit bin ich hatte 1 halber stich das ist die 1 genau 161 die 1 1 schon okay so 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 genau jetzt sind wir hier vielleicht das was für meine hand verdeckt ich kann das raus gehen mal so dass sie doch gleich mal spinnen genau sieht er bitte mehr naja schon lange kein kreuzstich wieder gemerkt mehr gemacht aber ich habe gar nicht wie ich jetzt meine kammer halten muss damit ihr auch etwas seht ja wird es demnächst hoffentlich mal öfters geben wenn ich die muse dazu habe nur weil die dauern etwas länger als zeitraffer zu machen ja gut die wie das dauert jetzt nicht so lange zeitraffer dauert meist länger aber wissen was ich meine ich habe schon mal zeitraffer mit kreuzstich probiert aber das bringt nicht da seht ihr kaum was sind da sind mühselig deswegen habe mir gedacht ich mache wenn ich mal kreuzstich mache oder pern stecken dann nur ach quatsch was habe ich denn jetzt gemacht das bin ich schon falsch musste halbe kreuzstiche machen das kommt auf einmal quatsch aber naja bisschen quatsch muss sein also quatsch und quatsch wie ich meine gut dass jetzt noch gemerkt habe ich jetzt noch mehr weg machen müssen also auftrennen willkommen und es war einfach mehr kommen rein ein fehler war das schön besser aber es konnte ich den ab und schlecht mal suchen hat sie aufgeräumt aber fahrten empfehler sind da noch nicht unter der hände gekommen ja mal gucken wo ich die habe irgendwo müssen zu sein ich habe eigentlich ganz viele so am 1 oder hier rein so jetzt mal halb kreuzstich jetzt mal wieder richtig so jetzt wie viel brauchen wir jetzt hier 3 3 runter 3 runter 3 runter 1 2 2 2 2 2 so daneben auf der teilrunde hier schräg dass der faden war hier ja das stimmt mich jetzt nicht so jetzt habe ich drei ich bin ob ihr das hört aber mischt es gerade machen ja nicht mehr allzu lange hier kann ich mit mein stickzeug in meine stube verschwinden und dann ein bisschen weiter stecken da stehen mal die ende farb mache ich jetzt nur mit euch und dann hören wir auf mit dem video denke ich ich denke mal dass das erst mal erst mal genug gezeigt dass sie dann wenigstens noch bei halbe kreutstiche auch ich habe es ja vorhin schon per glatt papier gezeigt wie es funktioniert ist eigentlich wie kreut also normaler kreutstich also voller kreutstich dann macht man halt weil bei vollem kreutstich macht man ja auch einen halben kreutstich und dann immer noch im gegensatz das sei dann noch anderen halben trich drüber dann ist es ja ein ganzer was habe ich jetzt gesagt 1 2 3 4 5 3 4 5 genau 2 2 1, 2, 3, und jetzt 2, genau. das habe ich dann jetzt kann ich das machen durch die büroklammer dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4 und 5 so jetzt noch einmal hoch das ist die nächste reihe 1, 4 1, 2 3 4 so dann stelle ich mal hier oben rein dass es dann hier weiter geht aber die reihe mache ich jetzt nicht so meine lieben das war es erstmal mit dem video war auch lang genug ich habe sie auch hoch niedlich meine aber ja könnte ich zwar benutzen aber ich müsste die auch mal auch mal ich möchte mir auch mal von der lieben janine oder janine x so eine magnetbox holen also wo man jetzt seine ganzen magnete rein tun kann weil ich auch ganz viele angesammelt habe ja dann könnte ich auch öfters mal was finden so meine lieben ja das war es erstmal ich habe ein bisschen was gesehen ich habe jetzt drei Farben mit euch gemacht einmal hier dieses turkis dann etwas helleres blau was man jetzt vielleicht nicht so sieht aber es sind zwei verschiedene blaue Töne hier und dann habe ich hier und dann habe ich ja den ja genau den rückstich gemacht ne das ist dieses schöne ja so grau lila gewesen ja grau ja ich sage nämlich nur aus flitterformen und grau ja genau ja schön ne also ja das leute ich ein bisschen ausweich ist immer so komisch halt ne aber mein Stickständer hat jetzt wieder gute Dienste geleistet ne dafür sagt es meine Stickständer ich habe auch noch einen zweiten äh wo man halt so Rollen hat wo man Plastik dran macht wenn man halt so genau also so etwas größere Bilder dranhängen möchte genau aber für kleine Projekte ist das gut dass man das im Rahmen macht das war für uns auch ein bisschen schwierig weil der Stoff ein bisschen hart ist aber ich habe es hingekriegt sonst stecke ich ja lieber ohne Rahmen äh ich habe mir die Stickrahmen ja eigentlich nur mal besorgt weil ich das mit euch ja mal mitnehmen möchte weil sonst wenn ich das hier auf dem zumal auf dem Tisch mache ohne Stickrahmen und so dann bin ich über das Bild rausgekommen deswegen ist das Stickständer schon gut dann habt ihr mal wieder was gesehen ja mal sehen wann ich das mit euch weitermache ich werde erstmal noch ein bisschen ohne euch stecken ähm aber ich versuche äh wenn ich mal weiß wo welche Stichere hinkommen also die Viertelstiche und Dreiviertelstiche die habt ihr jetzt gerade noch nicht gehabt und bei den Rückstichen und bei den French Knot werde ich euch denke mal mitnehmen aber das wird einfach ein bisschen dauern ich habe ja noch andere Projekte erstmal aber ja als nächstes wird denke ich mal 1-1 ab 18 Videos online geben ich muss ja erstmal produzieren ich muss erstmal aufschreiben wie lange ein Video ging ich habe es ja aufgenommen schon die die drei Kapitel also Kapitel 16, 17 und 18 sind ja fertig ja ich denke mal in Laufe nächste Woche ich habe gesagt ab Freitag ja jetzt äh zehn Tage Dienst da ich ein paar Nachtzuschläge mir noch einholen möchte und als Auslösung von meinen Gegenpartkollegen weil es sind ja mal eine Woche also eine Woche sind wir arbeiten in der andere Woche frei und dann tauschen wir wieder sind dann noch zwei die Dauernachtwache machen ja und ja der da krank war wegen meinem Fuß da ist wie gesagt alles gut ab und zu kurz mal ein bisschen aber wenn ich mal zu viel wie die Tage jetzt zu viel gelaufen bin aber ansonsten geht's also kann ich gut damit arbeiten ne genau äh das ist ja als Auslösung weil mein Kollege jetzt zwölf Tage gegangen ist habe ich gesagt ich würde gerne drei Tage für dich übernehmen klar zehn Tage sind anstrengend aber so wie die letzte Woche gelaufen ist hätte ich auch am liebsten noch drei Tage dranhängen können aber er wollte lieber das Wochenende deswegen hatte ich jetzt die drei Tage frei ähm genau also heute haben wir noch Mittwoch denn das Video gerade habe ich halt das gerade gemacht am Mittwoch den ich muss ja gerade überlegen 23. ja keine Ahnung ob der 23. oder 24. ist ich glaube der 24. ist heute ich glaube der 24. ist egal wenn dieses Video online kommt ist es dann im Laufe der Woche also 31. Montag, Dienstag also die Woche davor also jetzt die Woche wird es noch online gehen ich mache das jetzt am Freitag eigentlich mal und ja das sieht sehr viel in Kuwait dann wie es gemacht wird also vielen Dank nochmal für die Kooperation habe ich sehr viel Spaß gemacht und ich sage ich mir mit der Qualität zufrieden ja mit dem Druck ich sage mal da viele verschiedene Stiche sind da muss man echt gucken aber man hat die Papierlegende und die ist super man kann alles gut erkennen und ja deswegen gibt es nichts zu meckern ich würde eine sag mal ja sag mal eine 2 1 bis 2 geben so ich sage die Anleitung ist super ich kann euch mal ein Stückchen zeigen hier da kann man alles gut erkennen wie man die Kreuzstiche macht wenn man die Rückstiche also hier haben wir jetzt glaube ich halbe oder dreiviertel Kreuzstiche glaube ich das muss ich gerade mal sehen äh ach ja dreiviertel Kreuzstiche sind eh plus zwei Farben ich sehe gerade hier ist schon mal die eine Farbe und das Schwarz das ist die 310 und das Grün also hier sieht man zum Beispiel die French Knot wo die gemacht werden das sind die Kreise das sieht man das sind dann die Augen ähm bei dem Totoro hier sind zum Beispiel äh sieht man dann glaube ich auch schon Viertelstiche oh das sind auch Dreiviertelstiche das kann auch sein äh ach ne das sind Viertelstiche ja also in den Augen sind immer die Viertelstiche weil die habe ich gestern echt gesucht das sind eher dann die Details weil sonst sind ja bloß halbe Kreuzstiche gewesen ja ja also sowas hatte ich auch noch nicht gehabt was so viel drin ist aber es hat Spaß gemacht wenn man da noch genau hinguckt dass man halt die richtige Farbe nimmt und dann das richtige Symbol hat wie hier zum Beispiel halbe Kreuzstiche hier waren ja Viertelkreuzstiche ne hier seht ihr das auch nochmal ne dass hier jetzt ein halber Kreuzstich ist und äh ja Viertel ne es ist immer von einer Ecke in der Mitte das ist der Viertelste und Dreiviertel ja dann macht man erst ein Viertelkreuzstich und dann einen halben Kreuzstich drüber äh genau dann hat man einen Dreiviertelkreuzstich jo ne was sagt ihr dazu also ich bin zufrieden mir gefällt's und ja mal sehen wie weit ich jetzt heute noch so kommen weil ich werde es Bücher und Fernseher setzen und mal gucken was ich heute noch so mache ne gut mein Lieben dann bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss